Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hartwerke, dem ersten BeQuiet-Video im Jahr 2023. Und ihr könnt es ja schon sehen, wir schauen uns heute das Pure Power 12M an. Ja, BeQuiet hat uns das Ganze schon zugeschickt, wirklich sehr, sehr cool. Das Dark Power 13 haben wir auch schon im Hintergrund stehen und das Ganze testen wir mit einer RTX 4090, sieht man ja auch schon. Die GameRock sollte ja dem einen oder anderen schon bekannt sein, haben wir auch im Video zugemacht. Und was schauen wir uns heute im Video an? Wir werden uns mal anschauen, wie laut ist das Netzteil? Ich werde es mal versuchen, möglichst an die Spitze zu bekommen, also an die 1000 Watt, auch wenn das hier nicht so ganz klappen wird. Dann schauen wir uns an, okay, wie laut ist das Netzteil? Hat es vielleicht Spulen, Fiepen oder auch nicht? Und werden das Netzteil auch mal kurz aufmachen und gucken, wie sieht es da im Inneren aus? Denn das wird den einen oder anderen auch interessieren. Und Spannungsstabilität schauen wir uns auch an, allerdings nicht mit einer Chroma. Falls ihr einen Test mit einer Chroma sehen wollt, dann seid ihr hier leider falsch, muss ich leider so sagen, auch wenn das für mich sehr ungünstig ist, das zu sagen und ihr hier abschaltet. Aber das kann ich euch hier nicht bieten. Dennoch, denke ich mal, bringt das Video einige Klarheiten. Und übrigens, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn an dem 12M anders, wie zum Beispiel am 11FM? Ja, es hat ATX 3.0, dementsprechend auch einen PC-Express-High-Power-Anschluss, also diesen 12 plus 4-Pin. Ihr kennt ihn ja schon, ich hole mal gerade diesen schönen Adapter, den braucht ihr dann nicht mehr. Der ist an Geschichte. Ich habe es übrigens gerade auch so angeschlossen, blende euch auch mal Bilder ein, wie das Ganze dann aussieht. Das ist auf jeden Fall schon viel, viel schicker als das hier. Und dann ist es meiner Meinung nach auch schicker wie 3.8-Pin oder 2.8-Pin, da wir erhalten noch ein Kabel und deutlich dünneres Kabel, wie zwei oder drei von denen hier im Reuse hängen haben. Und dementsprechend der Blick auf die Grafikkarte deutlich mehr erkennen lässt. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Anschauen des Videos. Und als erstes werfen wir einen Blick auf den Lieferumfang. Werfen wir einen ersten Blick auf das Pure Power 12M, beziehungsweise erstmal auf die Verpackung. Ihr seht, das Ganze ist eingeschweißt in Folie und dementsprechend könnt ihr auch daran erkennen, ob das Ganze neu ist. Ich mache das Ganze jetzt mal auf und dann werfen wir mal einen Blick auf den Lieferumfang. Aber vorher vergleichen wir mal die technischen Daten, die hinten drauf stehen, im Vergleich zum Dark Power 13. Das habe ich ja auch noch hier, dazu wird es auch noch ein Video geben. Jetzt können wir mal einen besseren Einblick bekommen auf das Netzteil, beziehungsweise auf die Verpackung. Und was hier direkt auffällt, schaut euch mal die Verpackung an. Offensichtlich ist es so, dass BeQuite hier nicht bewerben will, dass das ein ATX 3.0 Netzteil ist mit PC Express 5.0 Anschluss. Denn, wenn wir das Ganze mal hier vergleichen mit dem Dark Power, da wird es beworben und hier nicht. Übrigens ist es ein 80 Plus Gold Netzteil. Das Dark Power 13 ist ja ein 80 Plus Titanium. Aber darauf werfen wir gleich noch einen Blick. Ich mache hier schon mal im Prinzip den Sticker ab. Und dann schauen wir mal kurz auf die Rückseite. Und da sehen wir dann auch schon die technischen Daten. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Und was man hier schön sieht, das Pure Power 12M hat nur zwei Schienen. Zwei 12V Schienen. Einmal mit 46 Ampere, einmal mit 42 Ampere. Das sind dann zusammen 83,4 Ampere. Und das ergibt 1000 Watt. Was ich hier halt bemerken muss, beim Dark Power 13, man hat hier nicht den gleichen Style gewählt, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und stellt das Ganze hier anders dar. Hier haben wir dann vier 12V Schienen. Darauf kommen wir dann aber nochmal in dem passenden Video. Und das ergibt dann übrigens nur 996 Watt und nicht 1000. Okay, muss man so hinnehmen. Aber wir sehen ja hier, unterscheidet sich das Ganze ja auch nochmal. Wir haben hier ein bisschen mehr Power bei den anderen Schienen, die so geboten werden. Und übrigens sehen wir hier auch ATX 3.0 und hier nicht. So, ob man sich quasi fast am Ende erst entschieden hätte, das zu machen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze so nachher im Vergleich abschneiden wird. Und hier seht ihr dann auch PCX 5.0 Kompatibel. Also, hier wird drauf hingewiesen. Hier haben wir den Hinweis deutlich offensichtlicher. Und jetzt würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick rein, was ist dabei. Ich bin mal gespannt, ob da auch ein PCX 5.0 Kabel dabei ist. Denn ich selbst habe das Ganze noch nicht geöffnet. Und das Netzteil gibt es ja auch so noch nicht zu kaufen. Oh, da habe ich die Verpackung kaputt gemacht. Das ist immer ärgerlich. Eieieiei, ich hoffe, da hagelt es keine bösen Kommentare für. Und dann gucken wir mal rein. Muss ich das mal hinten alles zurechtstellen. Hier 40, 90 steht auch so ein bisschen im Weg. Wir haben ein kleines süßes Handbuch. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Ich brauche es jetzt hier nicht. Dann sehen wir hier die ganzen Anschlüsse. Und Kabelbinde haben wir auch. Und Schrauben, um das Ganze zu verschrauben. Und dann noch einmal Kalkgerätekabel. Und wir können mal einen Blick hier raufwerfen. Und was wir hier direkt sehen, sticht direkt heraus. Hier haben wir das PCX 5.0 Kabel. Beziehungsweise, wenn man es richtig ausdrücken will, das 12 Volt High Power Kabel. Und ansonsten, man sieht, ist alles mögliche herbei. Ich kann euch ja mal zeigen, was denn alles dabei ist. Ich spule für euch natürlich vor. Also, wie gesagt, einmal das 12 Volt Kabel für die Grafikkarte. Dann haben wir natürlich 24 Pin für die Mainboard Stromversorgung. Dann haben wir natürlich auch noch die normalen 8 Pin PCX-Fanschlüsse. Davon haben wir an einem zwei Anschlüsse. Dann haben wir eins mit noch weiteren zwei Anschlüssen. Und dann einmal für die CPU einen 8 Pin. Wir werden wahrscheinlich noch einen zweiten 8 Pin haben. Genau. Und dann haben wir noch, ja, ich gucke mal gerade. Drei, nee, zwei SATA und einmal, beziehungsweise zwei Mamolex. Und dann nochmal, ja, wie viel haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier. Vier Mamolex. Und übrigens, was mir gerade auffällt, ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, hier ist kein Anschluss mehr für ein Diskettenlaufwerk. Dementsprechend, falls ihr noch irgendwas habt, was das braucht, dann müsst ihr euch einen Adapter besorgen. Aber ich denke mal, die meisten von euch brauchen das nicht mehr. Die Kabel, die lege ich mir mal hier oben hin, weil die werde ich ja dann nachher brauchen, beziehungsweise die Tage, wenn ich das Netzteil einbaue. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Netzteil selbst an. Bin mal gespannt. Und es ist ein kleines, süßes Netzteil. Hier haben wir nochmal die Spezifikationen drauf. Kennen wir ja schon, haben wir ja schon auf der Verpackung gesehen. Und ansonsten sehen wir hier die typischen Anschlüsse für die Kabel, die dabei liegen. Das sollte ja auch schon bekannt sein. Der ist dann natürlich neu. 600 Watt, ist schon mal ordentlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viel Strom das Gesamtsystem mit dem Netzteil braucht. Und dann nachher im Vergleich mit dem Dark Power. Das werdet ihr aber dann erst im Video zum Dark Power sehen. Und ja, sehr schlichtes Netzteil, wie von Bequait ja bekannt. Werfen wir einen Blick in die Netzteile. Oben seht ihr das 11FM. Und unten seht ihr das 12M. Und auf den ersten Blick sieht es natürlich im Prinzip gleich aus. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Die Lüfter sind auch gleich. Zumindest wenn wir einen Blick hinten drauf werfen, sehen wir, dass es sich im Prinzip um demselben Lüfter handelt. Und beide auch made in China. Kann man jetzt natürlich davon halten, was man möchte. Und ansonsten werfen wir mal einen Blick ins Netzteil. Ich gehe mal so langsam drüber und hoch dann zu dem 11FM. Wir sehen, die Kondensatoren sind ein bisschen anders, aber auch nicht wirklich viel. Und dementsprechend verwundert es natürlich nicht, dass die Netzteile sich dann wahrscheinlich in der Praxis auch nicht groß unterscheiden werden. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt und wie eure Meinung ist. So, ich möchte euch ja nicht die Lautstärke des Netzteils vorenthalten. Wir sind jetzt gerade bei 775 Watt. Ist nicht das Maximale, was ich rausholen kann. Aber beim Maximal wird die CPU ziemlich warm. Das möchte ich ihr nicht so lange zumuten, um ehrlich zu sein. 775 Watt ist jetzt auch nicht gerade ohne. Und ihr könnt ja mal hören und ihr werdet auch hören. Ich schalte das Mikrofon dann mal in die anderen Bauteile bzw. Kühler. Und dann hört ihr, dass das Netz halt einfach nicht rauszuhören ist. Also hier hört ihr auch eher die Grafikkarte, aber ich schalte nochmal in die Grafikkarte ran. Und dann hört ihr wirklich, dass es sich da und nun um die Grafikkarte handelt. Denn mit 11% mehr als Power Target kann die Gamewalk auch schon gut warm werden. Und oben hört ihr dann einmal die Lüfter. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum hat er das Netzteil so komisch eingebaut, ich zeige euch gleich nochmal, wie das Netzteil richtig eingebaut aussieht. Und auch ohne 4-Pin-Adapter, sondern direkt mit dem PC-Express-High-Power-Anschluss. Das habe ich ja nur so angeschlossen, damit ich hier auch die Spannung messen kann. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie das Ganze richtig eingebaut aussieht. Jetzt bekommt ihr mal einen Blick ins System mit dem Zillfold-High-Power-Anschluss. Und man sieht, es ist auf jeden Fall schon eine ganze Ecke schicker, wie mit diesem super schönen Adapter hier. Und was man auch dazu sagen muss, die Plus-11% Power Target gehen auch hier mit dem Netzteil. Da gibt es auch keine Probleme. Dementsprechend ist das Ganze auch so angebunden, wie es angebunden sein soll. Das Kabel könnte man natürlich hier schöner verlegen. Ihr seht hier unten fehlen auch die Slotblenden. Das ist halt auch nur das Testgehäuse. Also demnächst baue ich halt um auf das Fractal Design North. Und dann wird es da auch nochmal ein paar Videos zugeben, beziehungsweise Fotos, wie das Ganze aussieht. Aber das kommt dann in Zukunft. Kommen wir als erstes zum Verbrauchstest. Bevor wir uns nachher angucken, wie stabil waren die Netzteile hier. Wir vergleichen das Ganze, wie ihr sehen könnt, einmal mit dem BeQuiet Pure Power 11FM. Ich denke, das ist ein fairer Vergleich, denn das 11FM ist ja das letzte Pure Power, was auf dem Markt erschienen ist. Und wir können schon sehen, das 12M schlägt sich hier und da mal ein bisschen besser. Aber im Prinzip sind es auch Messschwankungen. Und dementsprechend würde ich sagen, beide Netzteilen liegen gleich auf. Und dann werfen wir nochmal kurz einen Blick auf die Stabilität der Spannung bei den unterschiedlichen Tests. Ihr seht ja hier auch eingeblendet, bei wie viel Watt die waren. Also ihr könnt nochmal zurückspulen. Ich blende das Ganze nicht gleichzeitig ein, da sonst der eine oder andere auf dem Smartphone nichts mehr erkennen würde. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Falls nicht, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr beide Diagramme dann in Zukunft auch mal nebeneinander sehen möchtet. Beim Blick auf die Spannungsstabilität sehen wir, dass das BeQuiet Pure Power 11FM ein bisschen, sag ich mal, instabiler ist. Auch wenn da alles noch im grünen Bereich ist, also versteht es nicht falsch. Das 12M ist hier ein bisschen stabiler mit 11,9. Aber wie gesagt, das sind hier halt ziemlich grobe Werte. Schaut euch gerne nochmal Tests mit einer Koma an. Ich habe noch keinen Test gefunden zum Pure Power 12M. Leider, vielleicht kommt da ein oder andere Test ja noch. Würde ich mich sehr darüber freuen. Denn wir wissen ja, der ein oder andere YouTuber oder auch die eine oder andere Redaktion hat da Zugriff auf eine Koma und kann da definitiv ausführlichere Ergebnisse liefern. Am Ende des Tages stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das Pure Power 12M? Ja, das ist so eine Sache für sich. Wenn ihr schon 11FM habt und ihr stört euch doch nicht an dem Adapter, setzt natürlich voraus, dass ihr eine RTX 40 Karte habt oder in Zukunft irgendeine andere Grafikkarte, die das Ganze hat. Dann, wenn es euch nicht stört, dann müsst ihr nicht wechseln. Also sehe ich jetzt keinen Grund für. Wenn ihr allerdings den Stecker hier loswerden möchtet und noch kein aktuelles Netzteil habt und euch sowieso eins kaufen müsst, dann kauft euch auf jeden Fall das 12M. Zumindest wenn ihr in diesem Budget zuschlagen wollt. Übrigens, das Netzteil soll um die 170 Euro kosten. Das ist zumindest das, was ich gehört habe. Ist ein bisschen teurer wie das 11FM. Zumindest mit 1000 Watt. Das liegt 20, 30 Euro da drunter. Aber wie gesagt, das sind halt nur Preise von Big Quite bekannt gegeben worden. Auf dem Markt kann sich das Ganze ja nochmal anders verhalten. Und das Netzteil könnte günstiger werden. Was die Lautstärke betrifft, ich konnte es nicht wirklich hören, weil alles andere im System auch lauter ist. Muss man wirklich so sagen. Und das wird bei euch wahrscheinlich auch so sein. Außer ihr habt alles andere Wasser gekühlt und habt einen großen Radiator bzw. mehr Radiatoren. Dann könnte es schon sein, dass das Netzteil lauter ist als alles andere. Aber ich glaube, das trifft auf die wenigsten zu. Ganz ehrlich. Ansonsten irgendwelche störenden Geräusche habe ich hier nicht wahrgenommen. Spulen, Fiepen und so weiter. Auch die RTX 4090 hat jetzt dadurch nicht mehr Spulen, Fiepen bekommen, wie es vorher schon vorhanden war. Dementsprechend ist auch alles in Ordnung. Und das Design ist Big Quite typisch. Was soll ich dazu sagen? Es ist halt sehr schlicht gehalten. Dem einen gefällt es. Der andere will vielleicht ein bisschen mehr RGB-Beleuchtung. Der ist natürlich hier falsch. Vielleicht wird es ja vom Big Quite dann noch was geben. Wir hatten ja schon ein paar Mal unsere Glaskugel ausgepackt. Auch der Roy. Und das eine oder andere ist ja dann doch eingetreten. Also so ein Netzteil mit einem RGB-Lüfter, also einem Lightwings, wäre ja auch immer interessant. Für den einen oder anderen Modder vielleicht. Oder auch für Roy. Der würde sich daran wahrscheinlich auch sehr freuen. Und übrigens für alle, die das gesehen haben und gesehen haben, wie das Netzteil von innen aussieht. Wenn ihr Bildmaterial möchtet, dann schicke ich euch das gerne zu. Stelle ich euch bereit. Ist gar kein Problem. Denn mich selbst interessiert ja auch wirklich sehr, was ihr Profis da vom Aufbau im Netzteil haltet. Denn da gibt es ja wirklich Leute, die beschäftigen sich tagtäglich damit. Und die können definitiv mehr dazu sagen wie ich. Ich kann hier nur von der Praxis sprechen. Und in der Praxis hat sich das Netzteil wirklich gut geschlagen. Und im Übrigen, das Netzteil wird dann der Roy bekommen für sein Testsystem. Dementsprechend können wir da auch wieder Langzeiterfahrungen mit euch teilen. Und wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass wir das Netzteil, auch wenn ihr nach einem Jahr noch schreibt, noch in unserem System verbaut haben. Und ich würde sagen, das war schon für das Video. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne. Lasst einen Daumen nach oben da. Aktiviert gerne auch die Glocke. Schreibt einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Euer Tobi. Ciao, ciao.